Yo Leute, was geht? Wir zocken heute den neuen Wettrüsten-Modus aus Vengard. Der ist jetzt mit dem Mid-Season-Update in Season 2 dazugekommen. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schaut gerne rein. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Wie ist der neue Spielmodus in Vengard? Den werden wir jetzt ausprobieren. Ich hab den bis jetzt noch gar nicht gezockt. Wir gehen rein, wettrüsten, springt ab, schwärmt aus und erobert alle Basen, um zu gewinnen. Bin mal gespannt. Wir gehen rein, probieren wir das Ganze. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was hier los ist. Zerstöre die Basen, nehmen alle Basen ein und zu gewinnen. Sieht crazy aus. Man fliegt hier. Flugzeug? WTF, was geht hier ab? Alter, ich gehe direkt ins Schloss. Hä? Alter, WTF? Ist das Warzone of Wish bestellt, oder was? Bro? Nimm die Basis nicht... Nicht ein, steht da. WTF? Was spielen wir hier? Da ist... Da ist Phantoo. Als ob wir gegen Phantoo spielen. LOL. Wie random. Was passiert hier? Und warum schimmelt der da oben, Mann? Ich hab ihn. Drecksack. Mach auf den Lachs. Aber das ist doch... Ist das nicht wie der... Fireteam schmutzige Bombe-Modus? Nur anders? Aber es erinnert voll an diesen... Äh... Schmutzige Bombe-Modus. Tschüss, Rushbar. Mach's gut. Kann ich nicht noch ne... Oder warte... Macht der sich die Platte automatisch rein? Ich möchte das Ding jetzt hier... Haben. Wir haben die Basis. Und jetzt kann ich ihm was kaufen? Ich möchte gerne ein Motorrad... Alter! Ein Panzer! Ich hab'n Panzer! Let's go! Ich hab'n Panzer, Freunde. Let's go! Haha! Ich bin mal Waffe freispielen. Ja, hab' ich mir gedacht. Ich hab'n Panzer! Let's go! Wo seid ihr alle? Hä? Nein, 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 nein. Gott. Der Panzer ist... Ey, Digga. Also, Panzer fahren... Mit... Mit, äh... Maus und Tastatur. Gibt geilere Sachen. Boah, der ist ja sowas von unhandlich, Bro. Boah, ich schieß immer daneben. Haha, oh Mann. Hab' ich den jetzt mit dem Panzer geholt. Ich glaub, der könnte richtig OP sein. Bro. Digga, das ist ja voll OP mit dem Panzer. Wo sind sie? Boah, blutrünstig haben wir schon. Wo seid ihr? Äh! Macht das Ding kaputt! Ich... Ich kann die ganze Zeit blutrünstig... Ich hab' wieder blutrünstig bekommen. Ich glaube, hier kann man keine... Raus, sieh raus, hier den Panzer hat's zerlegt. Okay. Keine gute Idee, Freunde. Ach, das ist deren Spawn, oder was? Kann ich die Spawn trappen? Nein, Bro. Sieht interessant aus, oder? Also, es ist jetzt, glaub' ich, nicht sowas ultra, ultra crazy krasses. Ah, wir können hier... Ein Panzerschreck, ein Kooper? Type, Roboter? Ich weiß nicht ganz... Sollen wir die Roboter holen? Brauchen wir die Roboter. Haben wir direkt Aufsätze, Mashallah? Ah, die Frage ist halt nur... Haben wir hier... Ne Spio? Kriegst du verschiedene... Tiefflug! Leitbombe und Spio. Hab' ich genug Geld? Perfekt. Sehr gut. Wir haben jetzt ein Spio und eine Roboter. Bro! Was ist hier los? Wo kam er her? Er hat seine... Warum hat er seine goldene Waffe? Ich will auch meine goldene Waffe haben. Ist das hier mein Loadout? Ah! Ich kann hier mein Loadout holen für 1200. Und dann hab' ich das auch die ganze Zeit scheint so. Weil ich hab' die Roboter jetzt auch immer noch. Also ich brauch' jetzt Geld für mein Loadout. Aber man hat permanent hier so ne Drohne. Okay, den haben wir. Boah. Ah, der wurde geholt. Okay, okay. Immerhin ist die Roboter ganz nice. Ich hab' jetzt auch genug Geld für nen Loadout, seh' ich gerade. Oh! Panzer weg hier! Komm. Ich hab' das Gefühl, die Waffe hat gar keinen Rückstoß. Oh, Bros. Die Panzer haben so Bock auf mich. Weg hier. Weg hier von den Panzern. Die wunderbar wird jetzt heimgepackt, Freunde. Die wunderbar. Jetzt wird ernst gemacht. Ich mach' jetzt erstmal grad noch nen Thumbnail. Aber jetzt ist das irgendwie rot. Damit kann man nicht so'n gutes Thumbnail machen. Das ist saftig. Nein, da ist er, da ist er, Freunde. So, den hole ich mir, den will ich jetzt aber haben. Wo ist der Fantu? Da hinten. Wir sind so am Triaden. Wir sind so am Triaden gegenseitig. Unsere Mauer wurde durchbrochen. Oh, da ist ein Panzer. Weg hier, weg hier. Spritze, Spritze. Ah, nein! Fantu hat mich mit dem Panzer geholt. Ich hab' Panzer brechend auf der Bar. Wo sind sie? Warte, kann ich den nicht hier wegholen? Ich bin doch hier, äh, spawnen. Hier hab' ich doch Spawnschutz, ne? Da hab' ich ihn. Der eine Dude da oben? Den hab' ich mir jetzt erst mal gesnackt. Hier kann man aber richtig geil Fernschüsse machen, merk' ich gerade. Nimm meine Basis ein oder verliere. Wie komm' ich denn hier rein? Können doch nicht verlieren jetzt. Ich weiß ja nicht, wie ich hier reinkomme. Komm' ich denn hier rein, bitte? Boah, hier ist es richtig ernst. Wir machen richtig ernst hier. Müssen hier rein. Nimm meine Basis ein oder sterbe. Ich geb' gerade alles fürs Team. Okay, jetzt hab' ich verloren. Nein, wir haben gegen Fantu verloren. Boah, noch 400 Punkte, dann hab' ich mein Lowdod. Wäre halt nice to know, wie man schnell an Geld kommt. Ich glaub' dafür gibt's WhatsApp-Gruppen, wo man schnell an Geld kommt. Komm in die Gruppe. Oh, hier. Das war Geld. Oh, guck' mal. So'n Jens. Boah. Die Runde ist schon saftiger. Die Runde ist schon viel, viel saftiger. Wenn ich jetzt mit meinem Lowdod da reingehe, dann werde ich, ist es jetzt, dann kann man so abgehen. Stamp on the ground. Oh, mit der Bar macht das einfach so Bock. Das macht so Bock mit der Bar. Alter, du kannst hier richtig rein... Du kannst hier richtig schön reinhalten, da. Oh, oh nein. Unten. Alter, da kannst du richtig schön reinhalten. WTF. Wo kommen die auf einmal her, da hinten? Boah, ich hol mir die alle weg, Alter. Der Panzer, die geholt. Digga, der Panzer, der ballert so rein. Bro. Ich lieb's. Ich lieb's. Der Modus macht Laune. WTF. Oh, nee. Hier ist ein Sniper, der will mich... Wo mehr Sniper? Bro, hier kannst du so hart deine Weitschüsse machen. Verteidige die Basen, um zu gewinnen. Wir haben, glaube ich, alle. Das ist so OP, was ich hier tue. Ich habe sogar eine 10er-Streak. Man kann hier eine V2 machen. Imagine, man macht hier in dem Modus eine V2. Das wäre es komplett. Hätte ich Bock drauf. Darauf müsste ich mal schwitzen, Alter. V2 in dem Modus? Safe. Könnte man, glaube ich, relativ easy machen. So, wie ich das gerade gemacht habe. Sieht aus wie Warsort für Anfänger. Ist aber gar nicht... Also, es ist echt nicht scheiße. Kann man auf jeden Fall mal spielen. Ich fand, die Map hat auch Bock gemacht. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Modus in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall ganz positiv überrascht von dem Modus. Man kann ihn auf jeden Fall spielen. Ist jetzt nicht der absolut beste Modus. Aber es ist nice, dass er da ist. Wenn ihr mich mal live zocken sehen wollt, schaut mal gerne auf Twitch vorbei. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.